Oh, Bremsen. Was haben wir hier noch? Oh, und Silvia haben wir auch noch. Oh, der ist hässlich. Tut mir leid, Freunde, wenn ich jetzt das sagen muss, aber ich finde das Auto total hässlich. Da finde ich meinen sogar richtig schön, obwohl der mir auch nicht so doll gefällt. Also ich werde meinen auf jeden Fall auch nochmal umbauen, aber... Freunde, ich muss erstmal die richtig geilen Vinyls freischalten. Das ist ja das Dumme. Jo, da macht's mal gut, Freunde. Ja, natürlich ist der Shashiroku auf jeden Fall schneller als ich mit Nitro drin. Das wird sein, Freunde, das wird sein. Ja, er fährt dagegen, egal, Freunde, egal. Wenn ich dagegen fahre, dann fliehe ich einmal 300.000 Meter weg. Ah, verschissen, Kollege, so gar nicht. Okay, jetzt... Oh mein Gott, hab... Oh mein Gott, hab ich auch jetzt hier, ey. Danke fürs Anschieben, gar kein Problem. Ich lief' an mir hier mit dem echt ein enges Rennen, Freunde. Ich hab' gerade nämlich die Kurve total verhauen. Ich fahr' übrigens mit Maus und Tastaturen, aber ich glaub', das wisst ihr alle schon. Beziehungsweise, hier jetzt fahr' ich sowieso nur mit... Mit... äh, mit Tastatur. Haben die alle Aufholen drin, oder warum sind die alle so schnell? Jawoll, easy, gar kein Problem. Er hat mal schön das Rennen gewonnen, keine Power-Ups benutzt, er gibt dir richtig Gas. Oh, da hat er den... Chirocco sogar noch überholt. War der eigentlich so gut? Ah ja, C-Klasse. Boah, 5K. Warum kriegen wir immer diese scheiß Power-Ups, die eh kein Mensch benutzt? Kannst du mir das mal erzählen? Immer nur diese Müll-Power-Ups hier. Was hat er denn da drin? Zum Beispiel, installieren drei Nachrissteile. Wieso hab' ich hier oben nix drin? Was ist das denn? Ach, kann man die Erfolge hier oben platzieren, die man hat? Ach so, wenn man seltener Erfolg hat, kann man die reinmachen hier. Alter, der hat aber schon ordentlich was auf dem Buckel und ist erst Level 14. Ich hab' noch nicht mal 10 und bin schon Level 13. Oh mein Gott. 100, 165 im Handling, Freunde. Da kann man besser einen Stein fahren. Selbst der Stein liegt besser in den Kurven als das Dingen. Freunde, das sei euch. Können wir eigentlich gleich auch nochmal, erstmal richtig fett nochmal Team Flucht reinhauen, ne? Hätt' ich auch Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Richtig dick Team Flucht. Lol, jetzt wird's aber voll, das Rennen hier. Wer ist hier nochmal dazugekommen? Der war gerade schon dabei. Ey, oh ne. Level 31 ist schon wieder so ein Pro mit einem C-Klasse-Wagen. Eigentlich schon wieder verloren, ne? Freunde, ich glaube, ich baller gleich bei uns auch noch die S-Sachen rein. Dann werde ich auch irgendwie C- oder B-Klasse. Ja, ist klar, was der... Ah, der wurde geblockt, der wurde geblockt. Piss dich, verpiss dich, ver... Ja, verpiss dich doch, Junge! Das ist ein kleiner Buster. Ja, der Chiracro kommt natürlich auch schon wieder. Und was ist diese Pisskiste? Fahne ich so schnell! Gesehen, da wollte er mich rammen mit Schwergewicht. Klar, Spaß. Ja! Ja, alle so schnell! Mhm, ist klar. Da baut man hier die Pro-Sachen rein und fährt hier wie, äh... Wie ein Brot. Glauben wir uns selber nicht. Er fährt überall gegen vor mir und ist trotzdem noch vor mir. Ah, da hat er die Kurve zu schlecht genommen. Der fährt die Kurven nicht eng. Eventuell kriege ich den gleich noch. Ah, bei dir läuft gar nicht. Jetzt wollte er die Kurve sehr eng nehmen. Hat es aber nicht hinbekommen. So, jetzt sind wir dritten Platz. Können wir uns noch weiter vorkämpfen? Heiksun ist hier am Start und versucht sich noch weiter vorzukämpfen. Es ist noch alles offen, Freunde. Vor uns ein 200er SX. Können wir ihn noch einholen, Freunde? Wir haben ihn noch eingeholt, Freunde. Ein zweiter Platz. Noch ist es alles offen hier. Es ist alles offen. Der Chirocco fährt nur eine Abkürzung. Fährt gegen die Wand. Fährt nochmal gegen die Wand. Na, knapp, 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 Freunde. 0,16 Sekunden war er schneller als ich. Shit. Hat aber Laune gemacht, ey. Ich hab gedacht, ich krieg den noch. Ja, ey. Wieso kriegen wir eigentlich immer so Mühe, so Schild und so. Was soll das denn? Will doch kein Mensch haben. Was ist das ja eigentlich? Achso, was hat der Choco eigentlich drüber immer interessieren? Ja, das ist auch geil. Das gab's ja auch in dem Shop. Können wir eigentlich auch mal holen. Erhöht die in Renn verdiente Geldsumme. Ey, ey, das ist ja mal mega. Wieso, wieso hab ich sowas nicht? Das hätten wir eigentlich auch kaufen sollen. Überleg mal, wenn ich dreimal das hab, das sind 9%. Fast 10%, da kriegt ihr jedes Rennen fast 400 mehr. Und in den mit 800 bekommt ihr 800 Euro, äh, 800 Euro. 800 hier. Wie heißt das Geld hier eigentlich? Keine Ahnung, auf jeden Fall Ingame-Gelten. Nichts jetzt einfach mal. Also, ganz ehrlich. Total hässlich. Was haben wir hier drin? Verkürzend. Das ist auch geil. Aber, Freunde, man macht ja eigentlich für jedes Rennen, jede Rennart, macht man sich ja ein eigenes Auto. Für Schatzjagd ein eigenes Auto. Für Polizeiverfolgung ein eigenes Auto. Für Rennen... Entschuldigung, auch ein eigenes Auto. Also, ihr macht euch quasi für jede Rennart macht ihr euch ein eigenes Auto. Weil ihr damit dann, äh, immer einen guten Vorteil habt. Da ich jetzt erstmal nur ein Auto hab, kann ich natürlich erstmal nur eine... Ein Auto hier fahren. Haben wir da einen dicken Benz? Ach, ähm, BMW meine ich. Wieso komm ich denn jetzt auf Benz? Auch wenn BMW ist mein Lieblingsauto. Guck mal, wie er mich rammt, dieser Bastard. Hier verpiss ich jetzt. Scheiß Spaß. Wie kann so ein Leichtgewicht von BMW eigentlich gegen mich? Zack. Wollte ich grad sagen. Er kann doch nicht gegen einen dicken Matzer hier gewinnen. So, Freunde. Jetzt sind wir auf fünften Platz. Die Kurve richtig scheiße genommen. Können wir uns weiter vorkehren? Wie im letzten Rennen. So, der BMW hat eigentlich schon, weil er kann eigentlich schon rausgehen. So, der eine fällt die Abkürzung nicht. So, jetzt wird sich hier gebettelt. Da kann ich mich eigentlich noch eben vorbeischleichen. Du Hurensohn. Da rammt er mich noch weg, ey. Gar keine Ehre, der Junge. Keine Rennehre, der Junge. Mein Gott. Ne, ey. Was bist du eigentlich für ein Bastard? Was ist das für ein Bastard, Alter? Rammt er mich extra noch so weg? So macht das aber auch keinen Spaß. Verpiss dich doch jetzt mal, du mieses Kind, ey. Schon wieder, Junge. Geh dich doch einfach eingraben, wirklich. Biss dir einfach. Ja, toll. Jetzt sind wir fünfter und können wegen dem Bastard vor uns nicht mehr aufholen. Mein Gott, Junge. Geh einfach nach Hause, ey. Sperre dich in deinem Zimmer ein und fäll ich die Sache. Dich will keiner haben. Dich will kein Mensch hier haben. Nicht sehen, gar nichts. Boah, ne. Können wir nicht mehr auf... Sorry, Freunde. Aber das kann ich nicht aufführen. Jetzt falle ich auch nochmal dagegen. Wir nehmen Spaß hinter uns, ey. Boah, und wir nehmen auch noch die Kurve. Perfekt, ey. Freunde, was will man machen, Junge? Stirb, ey. Missgeburt. Jetzt haben wir wegen dem...